und德國產腿叔叔學德文 聖誕節課集 1 Der Adventskranz Die Adventsgrenze 聖誕將領花環 Der Adventskranz ist ein meist aus Zannenzweigen geflochtener Tisch oder Hängischmuck im Advent mit vier Kerzen. Die Kerzen werden im Laufe der Adventszeit nacheinander entzündet. Am ersten Adventssonntag wird eine Kerze angezündet, ab dem zweiten Advents auf die zweite und so weiter. Der Adventskalender Die Adventskalender 聖誕倒数月曆 聖誕倒数月曆 Heute ist der erste Tag für das erste Türchen. Drin sind leckere Gummibärchen. Ah, leckere Gummibärchen. Drin sind leckere Gummibärchen. Drin sind leckere Gummibärchen. Drin sind leckere Gummibärchen eine Gas-Küssel. Da ist er level Trig, effic变 Sch Schake. Ich hätte Carne! FB 搜尋德国长腿叔叔